hallo ihr lieben wir haben etwas zu feiern und zwar sind wir auf diesem kanal schon bei über 18.000 abonnenten das ist so der wahnsinn kann mein verstand auch noch gar nicht so richtig erfassen weil irgendwie fühlt es sich an als wäre es erst gestern gewesen wo wir 10.000 abonnenten waren als wäre es erst letzten monat gewesen wo wir 400 abonnenten waren und das habe ich damals schon so extrem gefeiert und es ist einfach nur ja außerhalb meiner vorstellungskraft inzwischen vielen 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 dank auf jeden fall und natürlich möchte ich mich auch gerne bei euch bedanken und habe mir gedacht ich mache eine kleine verlosung beziehungsweise schrägstrich contest ich hätte ja ganz gerne einen kompletten contest gemacht so mit richtig schönen preisen und mit ihr wisst schon aber das war letztes jahr einfach organisatorisch von meiner seite so eine katastrophe und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe im moment einfach nicht die zeit ich würde es ganz gerne ich würde wirklich liebend gerne machen aber im moment klappt das einfach nicht deswegen habe ich mir gedacht schenke ich einem von euch ein selbst gebasteltes flipbook und zwar ist das auch mein erstes flipbook was ich überhaupt gemacht habe und ja bei mir ist es natürlich wieder komplett ausgeartet ich wollte eigentlich nur ein flipbook machen in anführungszeichen und bei mir ist es eigentlich eher ein mini album geworden dann im endeffekt auf jeden fall seht ihr hier das video material schon mal im hintergrund laufen wie das flipbook aussieht was ihr gewinnen könnt und ich werde jetzt natürlich auch mal kurz erklären was ihr machen müsst um teilzunehmen aber auf jeden fall schaut in die infobox weil dort werde ich euch alles ganz ausführlich hinschreiben was ihr machen müsst was die regeln sind und so weiter und so fort aber mal grob erklärt ich möchte gerne dass ihr etwas kreatives macht und zwar möchte ich gerne dass ihr 33 atc's bastelt ich werde euch wie gesagt in die infobox auch noch mal erklären was das ist aber ansonsten es ist eigentlich nichts anderes als diese index cards als diese karteikarten die ich im moment gestalte die ich einfach nur bemale und in diesem so so ähnlich in diesem stil ja möchte ich einfach dass ihr auch drei karten gestaltet wobei ich es aber euch vollkommen frei lasse was ihr dafür benutzt also ihr könnt auch nur fimo benutzen also ihr könnt wisst ihr wie ich das meine ihr könnt irgendwie so hintergrundplatte aus fimo euch machen in dina 7 größe und könnt die gestalten wenn ihr möchtet ihr könnt aber auch auf karteikarten malen oder auf papier was ihr euch in der größe zurecht schneidet ihr könnt 3d elemente verwenden ihr könnt alles mögliche verwenden was ihr findet ihr könnt aber auch nur simple karten machen in dem ihr einfach nur ich sag mal in anführungszeichen nur etwas zeichnet oder ihr könnt auch einfach nur ein bisschen vor euch hin skizzieren also es ist mir wirklich vollkommen egal ich werde auch keinen wettbewerb daraus machen sondern ich werde alle gültigen teilnahmen werde ich dann per zufall den gewinner bestimmen sodass dann jeder der teilgenommen hat die gleiche chance hat zu gewinnen und ich denke das ist auch vielleicht mal eine möglichkeit für diejenigen die sich da nicht so sicher fühlen sag ich mal in anführungszeichen die vielleicht unsicher sind ob sie das so gut können oder nicht oder vielleicht auch jünger sind und nicht so viel erfahrung haben oder einfach wenn ihr mal was neues ausprobieren möchtet vielleicht macht ihr das ja jetzt mal im rahmen dieser dieses verlosungskontest oder wie auch immer man das nennen möchte wie gesagt es ist kein wettbewerb das heißt nicht derjenige mit den schönsten ergebnissen gewinnt sondern ich werde dann einfach wahrscheinlich eine gewinner erziehung machen das heißt ich werde alle teilnehmer in der liste schreiben und dann einen zettel ziehen was ihr noch machen müsst um teilzunehmen ist natürlich entweder ein video hochladen hier auf youtube wo ihr mir die ergebnisse zeigt da habe ich keine besonderen bedingungen dazu es ist wirklich vollkommen egal es reicht aus wenn ihr einfach nur eure fertigen ergebnisse zeigt ihr müsst nicht zeigen wie ihr die karten herstellt dürft ihr aber natürlich auch wenn ihr das möchtet ansonsten ihr müsst auch nicht dabei reden ihr könnt auch einfach nur ja entweder ihr legt musik unter das video oder ihr macht einfach einen stummfilm draus ihr könnt auch gerne fotos slideshow als video hochladen also das ist mir wirklich egal sie sollten nur neu gebastelt sein und ja ihr solltet einfach nur irgendwo mal hinschreiben oder erwähnen dass das halt dass ihr damit an meinem contest teilnehmen möchtet ansonsten für diejenigen die jetzt nicht auf youtube etwas hochladen möchten habe ich mir gedacht ihr könnt auch noch per facebook mitmachen bitte nicht per e mail weil das ist so ein kleines problem ich möchte da die anhänge nicht öffnen also wenn ihr mir ein bild schickt muss ich ja auch einen e mail anhang öffnen und das möchte ich nicht wegen viren und so weiter deswegen ja kann ich da erst mal nur teilnahmen per facebook akzeptieren da schreibt mir einfach eine facebook nachricht ich werde euch auch meine facebook seite in die infobox verlinken und dann schickt ihr mir einfach über facebook euer foto von euren gebastelten atcs drei stück wie gesagt und das kann ich dann auch gerne als teilnahme akzeptieren also es muss nicht unbedingt ein youtube video sein allerdings möchte ich gerne für die auslosung dann alle teilnahmen zusammenschneiden also ich möchte gerne alle werke die im rahmen dieses verlosungskontests entstanden sind möchte ich natürlich gerne zeigen wie auch bisher bei den contests also da solltet ihr auf jeden fall damit einverstanden sein dass ich das dann ja öffentlich hier auf meinem youtube kanal hochladen darf ansonsten wie lange habt ihr zeit ich habe mir gedacht so knappe sechs wochen ist eigentlich ein ganz guter richtwert also bis zum 31 august 2016 habt ihr zeit mitzumachen und habt ihr zeit ja mich zu benachrichtigen dass ihr teilgenommen habt ja und ansonsten wie gesagt schaut einfach mal was ich alles noch so in die infobox geschrieben habe eventuell habe ich jetzt irgendetwas vergessen zu erwähnen gültig ist natürlich das was in der infobox steht ja und ihr lieben ansonsten war es das erstmal zu den rahmenbedingungen ich hoffe es gefällt euch ich hoffe ihr habt spaß auf jeden fall dabei und vielleicht nehmt ihr das ja einfach mal zum anlass etwas neues auszuprobieren und einfach nur ein bisschen um kreativ tätig zu sein weil das ist natürlich mein hauptziel sag ich mal oder mein hauptanliegen den ich habe mit dem youtube kanal hier ich möchte euch einfach anregen dazu wirklich tatsächlich kreativ zu sein und deswegen ja finde ich es auch einfach schöner ja euch so eine kleine aufgabe in anführungszeichen zu stellen wo ihr dann wirklich etwas kreatives machen müsst und nicht einfach nur eine verlosung wo ihr einfach nur einen kommentar und das video schreibt hätte ich natürlich auch machen können aber ich denke mal dass das so ja irgendwie schöner ist ich hoffe ihr seht das genauso ich hoffe natürlich vor allem auch dass euch das flipbook gefällt das halbe mini album ich hoffe euch gefallen die goodies auch wenn das jetzt nicht so die besonderen preise sind aber es soll einfach mal es soll einfach eine kleinigkeit sein und ansonsten werden wir noch bestimmt noch mehr als genug gelegenheiten haben wo wir dann wo ich dann auch nochmal einen richtigen contest starten kann und wo es dann vielleicht noch ein bisschen mehr zu gewinnen gibt ansonsten wie gesagt schaut in die infobox ich habe auch das video material übrigens zu dem flipbook aufgenommen das heißt ihr werdet hoffentlich wenn das klappt auch ein tutorial zu dem flipbook sehen können beziehungsweise ja ist ja auch irgendwie ein mini album also ob ihr es jetzt als flipbook benutzt oder mini album ist so gesehen egal dann freue ich mich auf jeden fall schon eure teilnahmen zu sehen und ja wünsche euch ganz viel spaß dabei und wir sehen uns im nächsten video macht's gut ihr lieben tschüss also